Servus liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xtreme Biker. Wie sehe ich denn aus? Du lebt. Toller Satz. Wie sehe ich denn aus? Die vierte Runde von unserem fünfteiligen Turnier. Weg. Weg. Jetzt da! Hier geht's spiralförmig nach oben. Der schubst. Das ist so viel. Gott, schauen wir mal, wie's weitergeht. Sebi in Schräglage. Oh, hallo. Oh, das kann nicht gut gehen. Das muss gut gehen. Komm immer weiter rein. So, und ich bin, wie man vielleicht in Statistik gemerkt hat, sieh weit hinten. Hm, nee, 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 nee. Lustigerweise, Domm, ich ist erster, das gibt's ja gar nicht. Tja, ja, muss ja irgendwann, ne? Ja, aber so plötzlich. Ohne Ansage. Zweiter Urlaub. Ich sag's dir zweiter Urlaub. Aber ich find das Ding unten, das Spiel, sieht einfach ebgeil aus. So ein Schneck. Ja. So, Russ! Ne, Moment. Schneck. Du bist ein bisschen sehr unausgespuckt, ist die Karte. Schatz, Maul. Ich kann keine Objekte erstellen. Nein! Ich bin im Fall nicht weggegeben. Warum? Da muss man aufpassen. Ja, voll gemein, ich bin da eigentlich voll durch die Strecke gefahren. Dommi hängt nicht ab, so ein Scheiß. Ach nee, er ist ja eine Runde unter mir. Naja, das war mir klar, dass du das nicht verstehst. Ich hab'n Fall vergessen, natürlich versteh' ich das nicht, wie du da plötzlich drauf kommst. So. Ja, äh, wie ist denn das eigentlich? Was? Wer ist denn Erster? Äh, Zweiter? Toni. Alles klar. Ich hab'n Fall vergessen ab! Wer hätte sein können, dass trotzdem... Nein! Ich find' das hier halt irgendwie scheiße auf der Strecke, weil du hier kaum Zeit gut machen kannst. Hm, bestimmt nicht ganz. Na doch. Wenn du den Fall zum Beispiel vergisst. Wenn der andere keinen Fehler macht zur Ansicht, dann kannst du jetzt nicht wirklich viel rausholen. Hm, ja, na ja. Das nicht, aber der andere wird wahrscheinlich vieler machen, wie zum Beispiel der Turm im Fall vergessen. Ja, aber... Mach' ich wieder ein Show. Nice! Dafür bin ich letzte Folge, letzte Runde, letzte geworden. Säm' ich seh' dich! Seh' dich! Seh' dich! Seh' dich! Vor allem krass, wie weit unten, wie weit unten nicht bin. Wie was? Wie weit unten nicht bin, ne? Du meinst du? Ich krieg' meine Pfeile. Ja, ja, ja. Das ist ein Schummler. Das muss ich gleich mal enger stellen. Ja, bitte. Jetzt plötzlich jahrelang selber auch genutzt, den Trick und dann erlangen die Jahre lang, die so lange habe ich die Map noch gar nicht erstellt. Ich bin schon zwei Jahre alt. Kann auch noch nicht. Kann sein. Easy, erster! Störer gar nicht. Nice, letzter. Nice! Nice! Das gibt es ja auch mal ein bisschen Punkte. Hol der Bisschen zum Toni auf. Wumm! Zum Schluss, wenn es nicht gibt. Was? Ja, wie es mir nicht gibt! Wissen wir jetzt sagen? Ja, ich bin zweimal durchgefahren! Du hast es gesehen! Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, so wie es ist. Ja. Mein? Was? Das? Naja, na gut. Nur weil du deinen Vorsprung dann nicht ausbauen kannst. Schon klar. Ja, wieso? Wenn der Domi... Domi ist doch erster. Also kann ich meinen Vorsprung noch nicht ausbauen, wenn der Domi jetzt erst weiter ist. Jetzt hast du mich aber jetzt viel mehr aufgeholt. Ja, hier stehen bleibts! So ne Drecksau. Als ob ich da Gas gehöre. Was schon... Nein, 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 nein! Sorry! Jetzt hängt's bei mir! Jetzt hängt's bei mir! Ja, drück Ehre! Das ist verdient! Das hat mir schon mal... Ja, das war's jetzt! Du musst jetzt die Null drücken, dann kannst du die Kamera ändern! Ich bin aber nicht auf die Null gekommen! Ja, und das ist ein Bug! Mann! Ist das unfair! Ja! Ja, hab ich's doch genommen! Ich bin meine Schuld! Jetzt holst du dich schon auf! Du bist ein guter Fahrer! Ha! Das ist super cross, da bin ich nicht so gut! Irgendwie... Das hol ich da irgendwie den Fahrer aus! Was war denn das jetzt? Deine Mutter! Nein, was nicht! Bist du ja sicher! Ja! Alter, das kann nicht wahr sein! Kann das... Komm her, Torni! Ach, das ist die... Ja, Schleifstein! Nicht so mein Schleifstein halt! Schleifstein halt, ne! Das geht! Ich mach mal ein bisschen Bremsen auf der Peak! Rang-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning! Darf mal dich überall voll so das rüberbrettet! Du hast angefangen! Du hast angefangen! Du hast angefangen! Du hast ja angefangen! Vergiss das mal! Scheiße! Wir haben ja jetzt... Wuhu! Mir nicht ins Ohr, g'h! H-h-h-h-h! Doch, das sind sogar schwere Sprünge! Da muss man ziemlich viel... Sp... äh... Geschwindigkeit haben! So schafft man die gar nicht, find ich! Ja, ist gut! Ich weiß wohl, sie es kriegen! es ist ja wohl ja ich hab n Trick gemacht da konnte ich nicht mehr lenken ne hee 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 Watzig witzig warte ich lach später ich warte kurz fahr schnell vor oh man wenn wir mich wecker und will die Drecksauung wohnsinn AAAAAAAH HAHA öl und nein So das hab er jetzt verdient als ob der das gestanden hat so ein Schwachsinn doch mit zweiter Jawoll so geht es was zu tun er ausgäuern weil er wollte ich auch so dass er ausgefahren wie der gläckige mp ich bin auch ziemlich durch die kultus geflogen es ausflüchtigt die geflogen du 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 schlimmer du sie kann sich selber abfall das ist es nur dritte nehmen auf den zweiten aber Deswegen auch nicht schnell erwischt. Fast nicht gewischt. So würde ich jetzt wieder Tricks hacken. Scheiße, dafür krieg ich den jetzt nicht. Scheiße. Jo, wie er links vorbeifährt. Ja, wie hast du mit dir jetzt wieder? Du! Schon nur genau gesehen. Neue Regeln, wir müssen einbrennen, alle Tricks durchmachen, die es gibt. Der haut mich eh wieder weg. Was mach ich? Ja, du auch. Ich hab überhaupt nicht weggehauen. Der war wieder ausgeholt oder so. Überhaupt nicht. Stimmt, aber gar nicht. Oh. Nö. Scheiße, gar nicht. Zweit. Schlag-ding, drüber. Ach, gäh. Oh, nice, nice. Bin sehr weit vorne, finde ich gut. Überhaupt nicht. Was, nein, was finde ich überhaupt nicht. Ist gar nicht. Jetzt hab ich gleich alle B-Tricks durch und alle A-Tricks. Geil, gell? Von wegen sehr weit vorne. Hallo? Ich bin kurz hinter dir. Ich lach später. Ne, das glaub ich nicht, aber... Ich bin kurz hinter dir da. Ja, und davon ist der Sepp geschaut, ja? Das war jetzt gefährlich. Jetzt, Mann! T-Toni, Entschuldigung, ich hab dich nicht ganz verstanden. Wo bist du? Beim Mann, hab ich gehört. Was? W-Wa-Wa wär's dir jetzt, Mann? Und der C-Mann? Nein, 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 NEEIN! So nah hinter dir. Wenn ich will, kann ich auch rausgeben. Pass auf. Ich geb das, ich geb das. Ich will Spaß, ich will Spaß! Was? I scream, you scream, we scream for ice cream. Was? Nein! Was? Ich bin da ausgeflogen. Gib Gas! Gib Gas! Nein! Das war nur ein Piss-Zeit, wo ich rausgeflogen bin. Was war denn das jetzt? Das fand ich ganz gut eigentlich. Was war denn das? Wie du halt voll gegen den Block geflogen wirst. Ja, mit Vorderrasse. Ne, ich bin auf der Schanze immer von Vorderarten zu weit vor. Die sind gut. Aber ich möcht' mich so schön so landen, so. Ganz smooth. Und dann hab ich's nicht ganz geschafft. Ich hasse die hier. Auch von wegen, was du gesagt hast, dass du schön weit vorn bist. Ich hab dich voll gesehen und warst überhaupt nicht weit vorn. Dann schon! Hm? 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 Du Wichser! Ich knall dich weg! Komm. Zeig mal, Mann. Du knallst gar nix. Knall die Schlampe. Knall die ganze. Knall die ganze. Scheiße. Scheiße. Heee, der hat hingehauen. Hehehehe. Muss der runter. Ach, 3-1 in einem Sprung. Ach so, die haben wir so... Nein, 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 der hat überdreht. Verdammt! Der muss schalten! Der muss schalten! Wieso bei dir sehen? Ich nehm doch auf. Was? Was? Ich hab gesagt, kriegst du mich nicht. Ach so, ich hab... ich hab verstanden. Tschüss, Donny. Mann! Ich hab hier runter. In der Tat. Was, was mach ich denn da? Ach so. Vielleicht nochmal neu gespawren. Ich fahr mal Off-Road, also komplett aus der Karte raus. Kann man besser Tricks machen, hab ich gehört. Das ist der Dom Jojo. Komm mal, hier rücker, zahlst du drin. Freilich! Hä? Ja locker! Hallo, guck doch mal deine Wendigkeit an. Ja, natürlich. Ich hab zwei. Ach. Boah, hier kann man viel besser fahren. Scheiß. Zwei ist fast bissl eng, aber theoretisch müsst's gehen. Ja, klar. Ja, scheiße. Ich will nicht da... ich will nicht wieder drinnen spawnen. Sehr gut. No Fun, kein Spaß, Alter. Anderthalb wären ideal. Das geht ja nicht, ne? Ich hab jetzt 12.000. 13.000. Ja. Ich hab jetzt 12.000. Ich hab jetzt mehr CD. Ja. Ja. Wir erkunden mal ein bisschen die Außenwelt vom Ödland. Der war schlecht. Hä, was? Zwieberverzogen? Fuck. Das kann passieren. Wenn jemand Domi heißt. Oder Toni. Ja, wenn du zu lange wartest, kann das durchaus passieren. Oder schlechte Aufkunft irgendwie. Ich hab ne Züpfel gefunden. Junge, ich hab seit einer Minute keinen Trick mehr gemacht. Ja, dann bleibts dabei. Ja, scheiße. Ist der schlecht. Domi, wie viel Punkte? 13. Nicht schlecht. Toni ist schlecht. Das stimmt. Punkte, wenn ich... Ah, ich hab wieder zurückgefunden, oder? Puh. 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 Jetzt macht der B-Trick wieder. Jetzt geht die Spiel wieder los. Vielleicht... Ah, toll. Ich hab ne Idee, woran das liegt. Was? Drei Tasten. Ja, genau. Daran könnte es liegen. A-Taste? Ne, drei Tasten. Problem. Ja, dann darfst du A nicht drücken. Genau. Puh. 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 Danke. Tschüs! 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 Vielen Dank.